Aufblick jetzt hier, es ist vollbracht, Lotte ist in der vierten Runde, hat 1,2 Millionen für das Erreichen der vierten Runde, damit ist die Rasenheizung finanziert und Verstärkung möglicherweise noch. Er hat es möglich gemacht, er hat uns die Karte besorgt, der Ulrich Zahn und sein Kompagnon Dieter Rottmann hat heute Geburtstag, das ist das schönste Geschenk, was er bekommt und da hat er uns gesagt, und uns hat er aus Berlin auch noch ein bisschen was mitgebracht, das war, sollte eigentlich gut zu oben sein, wir haben Glück gebracht, wir erfahren wahrscheinlich heute auch noch, wer in der fünften Runde nach Rottet darf oder muss. Jetzt muss man nur irgen singen, gegen Lotte kann man mal verlieren, 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 gegen Lotte kann man mal verlieren. Ja.